Hey Süße, ich brauche ein schlechtes Gewissen auf zwei Beinen. Dich! Wenn du dich ins Fitnessstudio mitkommst, schaffe ich es nicht bis zum Sommer so scharf auszusehen wie du. Also, kommst du denn morgen mit zum Zummarkuss? Na los! Du weißt, dass du es lieben wirst, wenn du erst mal da bist. Na, was meinst du? Bis zum nächsten Mal.